Freunde, in dem heutigen Video haben wir eine Obby gespielt. Das war aber keine normale Obby, sondern diese Obby hat uns so oft getrollt. Das war eine Troll-Obby und ja, Freunde, schaut das Video einfach selber bis zum Ende. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen, Freunde. Wir starten jetzt einfach mal hier mit der Troll-Obby. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, welche Trolls uns heute erwarten werden. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Level. Hier steht schon ziemlich einfach. Ich hoffe doch mal. Oh, ähm, okay. Wir gehen einfach mal weiter. Tipp, du kannst springen, um Langsamkeit abzubrechen. Okay, äh, verstehe. Ja, 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 okay. Bis jetzt ist es auf jeden Fall noch mega einfach. Wir haben hier drei Wege. Links. Nein, es war ja klar, dass es nicht links ist. Na gut, Freunde, dann ist es rechts. Okay, es ist nicht rechts. Na klar, ey, dann halt die goldene Mitte. Okay, sehr gut. Immer noch leicht. Ja, auf jeden Fall. So, oh, ja, okay, okay, okay. Stufe 5, Freunde. Wir checken das Ganze mal ab. Ähm, nein, okay, verstehe, Freunde. Man muss hier drauf. Da fangen die Trolls schon langsam an. So, hier wird es sehr eng. Okay, Freunde, wir müssen hier auf jeden Fall langsam voran. Hä? Hä? Äh, hallo? Lol. Lol. Okay, 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 okay. Das war ein cooler Troll. Seltsam. Ja, auf jeden Fall. So, dann einmal hier lang. Okay, da war ein Loch drin. Natürlich. Und das Mädchen ist nicht durchgefallen. Oh Gott. Vielleicht hier. Okay, okay, perfekt. Das ist nicht sehr schwer. Du kannst es tun. Ja, wir schaffen das zusammen. Oder, Ella, Herz, wir schaffen das, oder? Ich hoffe doch mal. So, und dann, äh, Moment mal, hä? Hä? Moment mal. Ah, okay, okay, okay. Jetzt wird es schwieriger. Freunde, was meint ihr? Schaffen wir die ganze Obby-Business da ganz hinten? Das sieht auf jeden Fall richtig leicht aus. Aber, ich glaube, da kommen auf jeden Fall noch ein paar schwierige Trolls. Wow. Okay. Äh, habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Schau runter. Äh, hä? Hä? Warte mal. Was? Was soll ich denn da unten? Oh Gott. Oh? Nein. Nein. Ach, Manu. Hä? Aber warum soll ich da unten schauen? Ich check das nicht. Äh, und schon wieder falle ich runter. Mh, nein. Ach, Manu. Das kann doch nicht sein. Hä? Wie kommen wir denn hier bitte rüber? So, und nein. Hä? Irgendwie verstehe ich das nicht, Freunde. Vielleicht versteht sie das ja. Äh, so. Hier. Äh, okay. Bis hierhin konnte man... Och, Manu. Ich glaube, über die Mitte konnte man so laufen. Und hier muss man springen. Nein. Nein. Das war so knapp, Freunde. Komm schon. So. Was? Die hat es geschafft und ich nicht? Äh, nein. Oh Mann, das ist peinlich. Aber, oh Gott. Das ist wirklich peinlich. Ich schaffe nicht mal die zehnte Stufe. So, und nein. Hä? Bin ich wirklich so schlecht in Obbys, Freunde? Oh Gott. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, äh, nicht den Kommentar, Hashtag Schlecht Lami, äh, in den Kommentaren sehen. Bitte nicht. So, und nein. Okay, Freunde. Ihr könnt es alle schreiben. Schreibt einfach mal Hashtag Schlechter Lami oder sowas. Ich bin echt mega schlecht hier in der Obbi gerade. Oh Mann, ich stelle mich auch wirklich dumm an gerade. Ähm. Muss ich jetzt auf die nächste Person warten, die mir irgendwie helfen kann? So, nein. Och, Mano. Oh, warte mal. Äh. Lol. Guckt euch das mal an. Hä? Oh Mann. Das meinen die also mit Schau runter. Oh Gott, Freunde. Jetzt checke ich das erst. So. Hier lang. Hier ist einfach so ein geheimer Weg, ey. Die haben mich ja richtig getrollt. Okay, Freunde. Ihr seht schon. Jetzt fängt es an. Nur Profis können hier durch. Okay. Übersehe ich hier vielleicht irgendetwas? Nee. Oh. Hä? Okay. Können wir hier drauf? Hä? Hier drauf? Nee. Das geht nicht. Hä? Moment mal. Auch nicht hier? Und hier? Ja. Hier gehen wir drauf. Yeah. Let's go. Okay. Ähm. Da ist einfach nur ein Smiley. Den könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Einfach nur den Smiley. So. Und hier. Äh. Oh. Okay. Das ging nicht. Vielleicht hier? Nee. Das ging auch nicht. Okay. Ähm. Warte mal. Ah. Über die Mitte. Okay. Die goldene Mitte ist es. Leiter. So. Äh. Hä? Okay. Warte mal. Äh. Das geht nicht, oder? Äh. Hallo? Was müssen wir hier machen? Und was passiert hier mit meinem Bein, ey? Oh. Hä? Die ist einfach nur hochgekommen. Hä? Wie das denn? Warte mal. Kannst du mir das nochmal zeigen, Mädchen? Ich schaff das nicht, oder? Doch. Ich schaff es. Yeah. Let's go. Viel Glück. Oh. Äh. Äh. Okay. Warte mal. Wir gucken hier mal durch. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ah. Ich sehe schon. Hier an der Seite. Da ist so ein Loch. So. Perfekt, Freunde. Haben wir auch easy gemeistert. Und wir sind jetzt bei Stufe 15. Ich gucke mal. Oh. Uns fehlt auf jeden Fall noch einiges. Also das könnte echt noch dauern. So. Hier steht. Ja. Es ist möglich. Okay. Und wie? Hä? Man fällt doch einfach nur durch, oder nicht? Hm. Oh. Warte mal. Was sehe ich denn hier? LOL. Okay. Okay. Seht ihr? Das ist so ganz, ganz leicht durchschaubar. Warte mal. Müssen wir hier lang? Ja. Wirklich? Yeah. Let's go. Okay. Ich hoffe, du hast ein gutes Gedächtnis. Ja. Das hoffe ich jetzt auch mal. Okay. Äh. Du gehst vor, Mädchen. Ich glaube, die will, dass ich vorgehe. Na gut. Links. Ha. Jetzt bist du dran. Du machst den nächsten Schritt. Na los. Wir wechseln uns immer ab. Ja. So. Rechts. Ah. Sehr gut. Okay. Dann gehe ich jetzt nach rechts. Okay. Links. Links. Rechts. Ähm. Mädchen. Du bist wieder dran. Yeah. Links. Oh Mann. Okay. Warte mal. Es ist links, links, rechts, links. So. Nenni. Du schaffst es wieder. Oder? Okay. Ich glaube, die will, dass ich jetzt gehe. Okay. Nein. Oh Mann. Egal. Freunde. Es ist einfach nur fair, wenn ich jetzt so. Oh. Äh. Okay. Warte mal. Es war links, links, rechts, links, links, links und nochmal links und rechts und links. Yeah. Let's go. Okay. Ich muss dich aufhalten. Niemand wird die Lamy Army aufhalten. So. Oh Gott. Hä? Tipp. Springen. Okay. 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 Easy, Freunde. So. Oh. Hä? Was müssen wir hier machen? Hä? Das geht doch gar nicht, oder? Hä? Äh. Ähm. Hä? Was müssen wir hier machen? Wir kommen hier nicht voran, oder? Oder müssen wir hier hin? Ja. Oh Gott. Das ist einfach eine Leiter. Die sieht man fast gar nicht, aber wir haben es geschafft. Finde den Teleporter. Okay. Ähm. Ähm. Ich glaube. Ne. Ich sehe den nicht, oder? Seht ihr den? Teleporter. Hallo. Warte mal. Vielleicht das Ding hier? Ne. Ähm. Kommen wir einfach hier durch? Ne. Auch nicht. Hm. Okay. Vielleicht müssen wir mal auf das Mädel hier warten. Die probiert da immer noch an der Seite rumzuhüpfen. Oh. Nein. Ich Idiot. Ey. Naja, Freunde. So. Wir suchen jetzt einfach mal den Teleporter. Okay. So. Hier ist der nicht. Hier nicht. Vielleicht hier. Nö. 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 Hä? Wo soll der denn bitte sein? Womment mal. Vielleicht hier. Nö. Hm. Das ist irgendwie ganz sass. Äh. Ähm. Ich weiß gerade nicht weiter, Freunde. Weiß es einfach nicht, Freunde. Ich klicke hier einfach mal alles an. Nö. Nö. Oh. Oh. Hä? Warte mal. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ah. Hey, meiner. Geht automatisch. Ich kann nichts machen. Hilfe, Freunde. Ich kann irgendwie nicht aufhören zu gehen. Oh. Äh. Warte mal. Ähm. Habt ihr das gesehen? Warte mal. War ich das? Ich hab das geschrieben. Lol. Ich kann hier einfach schreiben. Freunde. Abonniert. Lami. Oh. Let's go. Äh. Warum kann ich das denn schreiben? Moment mal. Ist das hier vielleicht der Teleporter? Ähm. Nö. Aber vielleicht gehen da jetzt Leute drauf und denken, das ist der Teleporter. So trollen wir die Leute hier. Haha. Oh Mann. Aber ich weiß immer noch nicht, wenn man hier rüberkommt. Moment mal. Müssen wir jetzt hier einfach mal die Stufe überspringen? Oh. Ähm. Ähm. Das war nicht geplant, Freunde. Hm. Moment mal. Ist hier vielleicht irgendwo ein versteckter Knopf oder sowas? Hm. Ich weiß es nicht, Freunde. Wartet mal. Oh. Ja. Hä? Warte mal. Ich hab keine Ahnung, wo der Teleporter jetzt war. Aber ich hab's auf jeden Fall geschafft. Und das Mädchen ist sehr verwirrt. Ich glaube. Moment mal. Ich probier's einfach mal nochmal. Hab ich das richtig gemacht? Ich glaube, das war irgendwo hier. War das hier? Äh. Nein. Oh doch. Doch. Das war da. Irgendwo da. Ja, Mädchen. Wir haben es geschafft. Let's go. Okay. Wut aufgegeben. Nein, 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 nein. Die Lami-Army gibt niemals auf. Oh. Ähm. Okay. Das ist so ein unsichtbares Labyrinth, glaube ich. Ähm. Okay. Moment mal. Müssen wir vielleicht hier außen rum oder so? Hä? Wo ist die denn? LOL. Yeah, Mädchen. Jetzt hast du mir geholfen. Let's go. Okay. Ich wage es, das zu besiegen. Nein, nein. Wir besiegen jedes Level hier. Ähm. Okay. Erstmal rechts. Ja. LOL. Okay. Jetzt. Oh. Ähm. Okay. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das erste war rechts. Dann ist das jetzt in der Mitte nicht. Na klar. Okay. Wir wissen auf jeden Fall, das erste haben wir richtig. So. Mädchen, jetzt bist du dran. Moment mal. Wie heißt sie überhaupt? Ich glaube, Naini. Sie heißt einfach Naini. Ja. Naini. Hast du gut gemacht. Oh. Da ist ein unsichtbares. Ja. Und es ist das Richtige. Let's go. Okay. Moment mal. Hier steht Flamingo. Moment mal. Das können wir auch umändern. Hier ein Abo. Ne. Warte mal. Das hatten wir schon. Daumen nach oben. Freunde. Ich hoffe mal. Das habt ihr auch schon alle getan hier. Bei dem Video. Daumen nach oben gegeben. So. Lass uns etwas Härteres versuchen. Ja. Das würde ich auch mal sagen. Äh. Okay. Hm. Vielleicht. Hier durch. Oh Gott. Oh Gott. Freunde. Ich glaube, wir müssen das Jump and Run hier gar nicht machen. Sondern. Wir müssen hier einfach nur durchgehen. So. Richtig. Und dann. Yeah. Easy. Alter. So. Weit ist es nicht. Ja. Würde ich auch mal sagen. Ich sehe hier so unsichtbare Blöcke. Das ist auch mega easy. Jetzt spielen wir. Ähm. So. So. Zack. 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 Okay. Hä? Was ist denn daran so schwer? Das wird ja immer einfacher. Hallo? Ähm. Okay. Ich komme hier nicht durch, Freunde. Doch. Nicht so einfach. Und hier sterben wir. Hä? Okay. Freunde. Irgendwas müssen wir hier übersehen haben. Wir gucken mal unter die Map. Lol. Hä? Warte mal. Wie ist er jetzt so durchgekommen? Oh. Ähm. War das. Warte mal. War das ein Knopf hier? Ich weiß es gerade nicht. Hier? Ja. Es war wirklich ein Knopf. Oh Mann. Okay. Ähm. Seitenwand. Hopp. Äh. Oh Gott, Freunde. Ich glaube, das wird jetzt richtig schwer. Oh. Alter. Wie lange geht denn bitte noch die Obby? Die hat bestimmt 50 Level oder so. Oder 100. Na gut. Wir. Oh. So. Wir probieren das Ganze einfach mal. Oh Gott. Nein. Hä? Wie soll ich das denn schaffen? Ich fall ja direkt runter. Warte. Vielleicht müssen wir so reinzoomen. Nee. Okay. Moment mal. Ich probiere es nochmal. Zack. Nee. Hä? Irgendwie funktioniert das nicht, Freunde. Übersehe ich wieder irgendwas? Äh. So. Moment mal. Und. Zack. Oh Gott. Schaffe ich das? Um die Ecke? Nein. Hä? Wie soll es denn bitte funktionieren, Freunde? Hä? Wie hat es jetzt nach oben geschafft? Moment mal. Oh Gott. Kann ich hier irgendwie nach oben? Nein. Komm schon. Irgendwie. Hä? Äh. Wie schaffen die das denn? Ah. Okay. Okay. Easy, Freunde. Hä? Okay. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Let's go. Unmöglich. Ja, das würde ich ja mal nicht sagen. Ich sehe da auf jeden Fall einen unsichtbaren. Block. Ähm. Okay. Vielleicht die andere Seite? Moment mal. Nee. Hier ist aber kein Block. Nö. Hm. Kommen wir da überhaupt durch von der Seite? Nee. Oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Oh. So. Hier lang? Vielleicht. Oh. Ja. Geschafft. Let's go. Okay. Freunde, wir sind auch schon bei Level 26. Wir haben es auf jeden Fall schon richtig weit geschafft. So. Hier müssen wir aufpassen. Und wir haben jetzt einen neuen Freund hier am Start. Den Ronaldo. Yeah. Oh. Oh. Ja. Geschafft. Sü. Oh Mann ey. So. Perfekt. Wenn wir schon mit Ronaldo am Start sind. Okay. Ich glaube, wir müssen hier drauf. Oh. Ja. Wirklich. Lol. Okay, Freunde. Hier müssen wir auch wieder aufpassen. Aber easy peasy. So. Hier. Äh. Zack. Und geschafft. Du kannst das zuerst versuchen. Äh. Was denn? Moment mal. Übersehe ich hier wieder irgendetwas? Ich glaube. Ah. Da oben. Da oben. So. Oh. Hä? Ich bin doch dahin gesprungen. Oh Mann ey. So. Okay. Dann hier hin. Oh Gott. Dann hier. Zack. So. Und. Wir schaffen das gemeinsam. Yeah. Ronaldo ist hier am Start. Gehen, berühren, etwas Gras. Hä? Was soll das heißen? Gehen, berühren, etwas Gras. Brr. Okay. Na gut. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Äh. Einfach nur. Äh. Okay. Warte. Die ersten drei waren links, oder? Eins. Zwei. Drei. Rechts. Hier. Hier. Ähm. Hier. Hier. Ja. 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 Nein. Oh Mann. Jetzt habe ich schon alles vergessen. Oh. Moment mal. Ronaldo. Warum sieht er auf einmal so aus wie ein Noob? So. Eins. Zwei. Drei. Zack. 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 Nein. Falsch. Och Mann. Oh. Okay. Hm. Nochmal. Eins. Zwei. Drei. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Nein. Doch nicht. Och Mann. Danach doppelt links. Eins. Zwei. Drei. Äh. Och Mann. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit. Ich verliere hier immer mehr Gehirnzellen. So. Zack und zack. Dann hier. Dann. Nein. Och Mann. Oh. Das kann nicht wahr sein. Eins. Zwei. Drei. Hier. Hier. Och Mann. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. So. Hier lang. Dann doppelt links. Dann rechts. Rechts. Links. Ähm. Links. Links. Ja. Sehr gut. Okay. Brille brauchen. Ja. Deutsch auch. So. Ähm. Äh. Hä? Was müssen wir machen? Hallo? Äh. Hier ist irgendein Feld. Das sieht ein bisschen anders aus. Oh. Lol. Lol. Das war einfach ein Teleporter. Okay. Verstehe. Easy Level. Ja. Das will ich mal hoffen. So. Ähm. Alter. Nee. Doch nicht. Ich wusste es. Hier kommt noch was. Oh Gott. Aber was denn? Was übersehen wir hier? Aha. Aha. Äh. Hey. Der hat mich getrollt. Oh Mann ey. Hier gibt es so eine kleine Stufe. So. Und wir sind da hochsprungen. Ähm. Oh. Warte mal. Komm schon. Können wir nicht höher springen? Habe ich hier irgendwas wieder übersehen? Ich übersehe die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ah lol. Oh Mann ey. Ronaldo ey. Nicht ernsthaft jetzt, oder? Na. Ach Mann. Hätte ich jetzt nicht diesen Ronaldo hier, dann hätte ich doppelt so lange gebraucht. Deswegen danke an dich mein Freund. Äh. Und ciao. Naja. Uh. Grün. Äh. Okay. Alter. Das ist ja ein richtiger Profi hier. Der zeigt mir alles. Moment mal. Können wir hier nicht durch? Doch. Wir können einfach da durch. Lol. Okay. Ja. Himmel. Himmel. Da oben. Warte mal. Da oben sind so. Oh. Lol. Okay. 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 Freunde. Ich verstehe. Ui. Oh. Ja. Und ich fall runter. Sehr gut. Ähm. Moment mal. Wir müssen einmal hier drauf. Oder? Geht das? So. Nein. Nein. Ach Mann. Oh. Ich bin so schlecht manchmal. So. Und dann einmal hier. Lang. Ja. Nein. Doch. Ja. So. Und dann hier. Wie soll ich das denn schaffen, Freunde? Ich bin viel zu schlecht dafür, aber. Komm schon. Ja. Ja. Vulkanlevel. Darauf habe ich schon mein Leben lang gewartet. Aha. Okay. Ich warte mal. Ne. Hier können wir auch nicht drauf springen. Hm. Vielleicht. Nein. Ah. Ach so. Ja. Okay. Hier ist eine unsichtbare Leiter. Okay. Und da können wir nicht lang gehen. Hier. Hm. Ich such mal nach unsichtbaren Dingen. Die gibt es hier so oft, Freunde. Und die übersieht man einfach viel zu oft. So. Hier lang. Hier lang. Ja. Ist das richtig? Okay. Warte. Hier. Dann. Auf diesen Viereck. Äh. Geschafft. Ja. Wir haben es geschafft. Let's go. Lang. Oh. Okay. Moment mal. Was? Hä? Nein. Jetzt niemals. Oder? Wir müssen einfach den ganzen Weg so da lang laufen. Das dauert ja Jahre. Oh Mann. Okay. Freunde. Wir. Oh. Ähm. Warte mal. Wie hat er das gemacht? Hallo? Ronaldo. Ronaldo ist einfach viel zu schnell für mich. Aha. Okay. Verstehe. So. Jetzt geht es weiter hier. Und. Oh nein. Wille den richtigen Weg. Und es sind so viele Wege hier. Komm schon. Ronaldo. Lol. Das habe ich wieder übersehen. Okay. Sehr gut. Ronaldo. Okay. Das letzte suche ich aus. Ja. Versprochen. Ähm. Was ist das? Komm schon. Nein. 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 Ich dachte das wäre es. Och Mann ey. So. Auf jeden Fall. Erstmal hier dazwischen auf das Rote. Dann das Blaue. Und dann. Ähm. Auf das Grüne. Nein. Och Mann ey. Na gut. Freunde. Jetzt schaffe ich das. Alle guten Dinge sind drei. Und deswegen. Gehe ich jetzt hier lang. Nein. Okay. Freunde. Was ist es denn sonst? Hm. Das ist jetzt komisch. Moment mal. Weil wir hatten das Lilane. Das Grüne. Und das Orangene. Vielleicht Rot. Oh. Ist es? Rot. Nein. Ich dachte das wäre es. Och Mann ey. Oh. Oh. Ja. Oh. Na du der Profi hat den Weg gefunden. Okay. Du bist zu stark. Ja. Freunde. Wir sind alle zu stark. Die Lamy Army ist einfach die stärkste Army. Hä? Was sollen wir hier machen? Hier lang? Okay. Ähm. Dann hier drauf. Okay. Woher wusste der das? Naja. Gefällt dir das? Oder? Ja. Gefällt mir total. Okay. Links und die Mitte sind es auf jeden Fall nicht. Es ist rechts. Dann die Mitte. Dann links. Wow. Wow. Hä? Hat der irgendwie einen Cheat Code oder so? Oder warum weiß der jedes Level hier auswendig? Okay. Stufe 41. Und hier sind irgendwie voll viele Leute auf einmal. Okay. Wo kommen die denn her? Anscheinend kommen die nicht so leicht hier weg. So. Ähm. Da ist eine unsichtbare Wand. Die sehe ich, Freunde. Keine Sorge. Dann einmal hier drauf. Hier drauf. Nein. Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, oder? So. Hier lang. Hier drüber. Dann zack. Dann. Hä? Was? Was soll ich denn da denn machen? Oh Mann, ey. So. Hier. So. Und dann hier. Und. Ähm. Aha. Verstehe. Nein. Ich verstehe es eigentlich nicht, Freunde. Hier rüber. Ach Mann. Jetzt. Jetzt bin ich komplett schlecht, ey. Vielleicht müssen wir wieder nach hier unten. Nein. Ja. Aber wir müssen nach da unten. Okay. Dann weiß ich schon mal Bescheid, Freunde. So. Hier. Zack. Ja. Perfekt. Sehr gut gemacht, Lamy. Hier. Oh Gott. So. Hier drauf. Dann in die Mitte. Dann. Hier hin. Let's go. Let's go. Und. Ja. Endlich. Oh Mann. Oh Mann. Seltsame Killsteine. So. Einmal hier rüber. Ähm. Okay. Hier können wir einfach rüberlaufen. Verstehe. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, aufpassen, Freunde. So. Oh Gott. Hier lang. Und dann. Äh. Was? Hä? Wie soll man das denn schaffen, Freunde? So. Da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Freunde. Jetzt werde ich immer schlechter. Ich sag's euch. Oh. Nein. Ach Manu. So. Äh. Ja. So. Nein. Oder auch nicht. So. Jetzt aber. Zack. Dann hier lang. Hier lang. Seitwärts. Warte. Wir können nicht springen, oder? Oh. Warte doch. Hä? Irgendwie checke ich das nicht, Freunde. Ich werde hier wieder zu getrollt. Zu sehr getrollt. So. Hier lang. Und. Ähm. Da lang. Ja. Haha. Coole Treppe. Yeah. Mega cool. Moment mal. Ich guck mal. Wie lange. Oh. Alter. Das sind auf jeden Fall noch richtig viele. Level. Freunde. Ich würde sagen. Wir sind jetzt bei Stufe 42. Wir machen diese Stufe noch fertig. Wenn wir hier irgendwie rüber kommen. Kommen wir hier überhaupt drüber? Hallo? Äh. Lol. Müssen wir auch nach unten? Ne. Okay. Ich glaube. Der ist einfach nur gestolpert oder so. Hm. Oder? Warte mal. Oh. Hier ist irgendwas. Hier ist noch eine Treppe nach unten. Oh Mann ey. Okay. Okay. Ich würde sagen. Wir sind jetzt bei Stufe 43. Ich würde einfach mal sagen. Freunde. Wir machen noch bis Level 50. Und dann. Wenn ihr wollt. Dann gibt es noch einen zweiten Teil. Wo wir die nächsten Level alle durchmachen. Und es gibt hier auf jeden Fall noch einige Level. Deswegen. Wir könnten auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen. Das hier ist ein Labyrinth. Äh. Ich hasse Labyrinth. Oh. Warte mal. Hier sehe ich eine unsichtbare Wand. Wir kommen da durch. Ja. Nein. Nein. Okay. Aber Freunde. Wir wissen jetzt auf jeden Fall. Wo wir lang müssen. Durch die unsichtbare Wand hier. So. Einmal hier durch. Dann hier durch. So. Oder. Äh. Müssen wir hier durch? Ach. Keine Ahnung. Freunde. Ich glaube. Wir müssen jetzt hier lang springen. Ja. Profi. Wut. Oder what? Äh. Keine Ahnung. So. Hier lang. Hier lang. Äh. Was? Doch nicht. Warte mal. Wo denn sonst? Links vielleicht? Aha. Äh. So. Zack. Nein. Hä? Was sollen wir hier machen, Freunde? Jetzt habe ich keine Ahnung. Vielleicht hier? Hä? Freunde. Äh. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Vielleicht hier unten irgendwas? Nö. Oh Gott. Hä? Ich checke hier gar nichts, Freunde. Ich habe hier nur Bahnhof momentan. So. Habe ich hier irgendwas? Aha. Ich wusste es. Ich wusste es. Ach Mann ey. Nicht dein Ernst. So. Müssen wir hier lang? Äh. Nein. Ach Mann. Hier lang? Ne. Warte mal. Andere Seite. So. Hier. Und dann? Hier. Und geschafft. Perfekt. Mhm. Ja, ja, ja. Das würde ich auch sagen. Mhm. Und. Ähm. Äh. Äh. Was sollen wir hier machen? Moment mal. Ich sehe da, glaube ich, eine unsichtbare Wand, oder? Ja, doch. Hier unten. Hier unten. Yeah. Und. Ja. Ja. Jawoll. Okay. Ruhe in Frieden. Okay. Hä? Das ist doch mal mega easy. So. Zack. Zack. Aha. Verstehe. Das siebte oder so, oder keine Ahnung wie vielte, ist auf jeden Fall eine Falle. War das das hier? Ich glaube das nächste, oder? Kann ich hier durchgucken? Ich glaube schon. Ist man hier lang? Oder hier lang? Nein. Okay, 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 Freunde. Es war auf jeden Fall das drittletzte, glaube ich. Nein. Oh Gott. Wie kommt man denn hier bitte rüber? Muss man da irgendwie an die Seite springen? Wartet mal, Freunde. So. Zack und zack. Äh. Noch eins weiter. Noch eins. Nein. Oh Gott. Ich glaube. Also das viertletzte. Oh Mann, Freunde. Diese Obby verwirrt mich so sehr. Ich weiß selber gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So. Das ist das letzte. Das heißt, irgendwo hier müssen wir doch... Aha. Freunde. Verstehe. Verstehe. Wir haben es geschafft. Und wir kommen immer näher zu Level 50. Böses Lachen. Okay. Wir gucken mal, wo dieses Mädchen hier langläuft. Einmal rechts. Dann Mitte. Dann hier. Okay. Das hat die irgendwie nicht geschafft. Wo geht es weiter lang? Ich glaube, die ist schon ein kleiner Profi. Mitte. Äh. Rechts. Nein. Das ist links. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Freunde. Das habe ich verdient. Weil ich kann nicht immer von den anderen die, äh, die Tipps annehmen. So. Äh. Aber du kannst trotzdem gerne als erstes springen. Ja. Sehr gut gemacht. Und nochmal, pinkes Mädchen. Komm, du schaffst das. Ich springe auf den letzten Sprung. Und. Oh. Okay, okay. Ja. Perfekt. Okay. Jetzt musst du aber springen. Ich bin jetzt auch vorgesprungen. Du schaffst das. So. Ich lasse hier gerne den Vortritt. Ladies first. Na gut. Die brauchen hier zu lange. Dann. Links. Nein. Das ist die Mitte. Und jetzt holt die sich da einfach den Sieg. Oder warte mal. Die bleibt stehen. Oh Gott. Oh Gott. So. Hier. Zack. Und zack. Dann hier. Und hier. Und. Ja. Wir haben es geschafft. Und die ist, glaube ich, AFK oder so. Berühre das Neonrote nicht. Ähm. Okay. Und was dürfen wir berühren? Oh. Aha. Aha, Freunde. Easy. Oh Mann, ey. Das kennen wir noch von den ersten Leveln da. So. Zack. Geschafft. Hallo. Seine. Bla bla bla. Bla bla bla. Okay. Irgendwie ist das ganz, ganz schlecht. Geschrieben. Oh. Was müssen wir machen? Hä? Okay. Das ist komisch. Warte. Vielleicht sehen wir irgendwas von oben. Nö. Von unten. Auch nicht. Äh. Okay. Wie gesagt, Freunde. Das hier ist jetzt das letzte Level. Und. Ich. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Freunde. Wir sind bei Level 50 angekommen. Und, Freunde. Jetzt würde ich sagen. Ihr seht ja. Hier sind noch einige Level, die wir machen müssen. Freunde. Das geht noch bis da ganz hinten. Ich glaube, das sind noch weitere 50 Level. Oder mindestens 20 oder 30. Und die machen wir dann im zweiten Teil. Also, falls ihr den sehen wollt. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und kommentiert auf jeden Fall, mit welchem YouTuber ich diese Obby weitermachen soll. Also, ab Level 50 mit dem YouTuber, wenn ihr wollt, werde ich dann diese Obby weitermachen. Das heißt, ich werde nicht nur alleine getrollt, sondern noch ein anderer YouTuber wird mit mir zusammen getrollt. Und dann würde ich sagen. Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und, Freunde. Links seht ihr noch das letzte Video. Und rechts könnt ihr diesen coolen Kanal abonnieren. Das solltet ihr auf jeden Fall getan haben, Freunde. Und ich würde sagen, Freunde. Wir sehen uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und tschaui.